Ich meine, das muss man mal gemacht haben, ja? Man muss mal so vielleicht ein paar Tage mit zwei Kindern verbracht haben, von morgen zusammen. Dann weiß man, wie schwer das ist, da noch Zeit für sich selbst zu finden. Zu lange. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das letzte Mal, dass wir so einen Abend hatten, ist wirklich schon verdammt lange her. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Richtig lange, ich auch nicht. Das würden wir gar nicht erzählen. Boah, ich glaube, als unsere Tochter zur Welt gekommen ist, das musste ziemlich genau vier Jahre her sein. Vier Jahre. Zu lange. Ich würde immer wieder mit dir hergehen. Das war wirklich einfach ein superschöner Abend mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.